Ist gar nicht nervig mit dem Mikrofon in meinem Sichtfeld. Kann jemand mal klatschen, laut? Danke. Hi Chiraz. Hallo, Mensch. Yeah, wir haben es geschafft. Geil. Jetzt kannst du Zeug verschieben. Yeah, es läuft noch. Sollen wir es noch mal versuchen? Ja, ist egal. Wird rausgeschnitten. Cut. Zack. Oh Mann, das ist wirklich so krass. Das fragt man sich immer, ne? Ja. Mhm. Ich creep mit der Maske auf den Kopf. Ein Männlein steht im Walde. Wir haben kein krasses. Was passiert denn hier? Immer noch kein Rocker? Nein. Was ist das denn für Arbeitsbedingungen? Alles gut. Du kannst ja die Leiter dann nehmen. Und ich werde gerade beobachtet. Und? Das irritiert mich sehr. Von wem? Ich glaube, es ist CSB. An der Tür. Okay. Panoptische Realitäten. Ich sag einfach nur. Ahoy ihr Traumfahrer. Gute Reise. Gute Reise. Am Ende jeden Interviews lach ich mich kaputt und man hört auf. Ja.